So halli hallo und willkommen zur nächsten Episode von Let's Play Aliens vs. Priotas und zwar als Alien! In der letzten Mission waren wir ja in der Raffinerie und jetzt geht's weiter in... oder... keine Ahnung wo. Ich denke mal, die Missionen werden sich hier sowieso alle irgendwie überschneiden. Nur, dass man seinem Pendant dann nicht so sehr über den Weg läuft. Okay, da waren wir mal drin. Ach, jetzt bin ich hier! Aha! Ja. Erstmal schauen, vielleicht gibt's hier noch ein paar Gelé-Royale-Behälter. Ich glaub's zwar mal nicht. Ach ja, hier! Ui, hier sind ja kleine, kleine Facehacker. Geh' zurück zum Spiel. Was war das Bewegung? Ha, obisch! Oh, 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 da kommt die noch. Okay, die geht hoch. Oh, die kommt ja her. Krass' es öffnen! Was ist denn da passiert? Shit. Gibt's ja nicht noch einen anderen Weg? Drüben? Gibt's ja noch einen Lüftungsschacht? Ich glaube nicht, dass ich über diesen Zaun drüberkomme. Na gut, dann muss ich mir was einfallen lassen. Fuck. Ja, 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 ja! 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 Da muss ich mal hier ein bisschen Dumpfer machen, den ganzen Spaß. Ah, toll! Da sind zwei Minigans hier. Oh, die kommt jetzt runter? Na geil. Dann passt das doch. Ah! Fuck! Mann! Verdammte Minigun! Das ist ja nicht, dass da drüben auch noch welche zwei Dritten stehen, sind, existieren. Okay, hier sind auch keine Gelee-Royal-Behälter gerade zu sehen. Ich liebe diese Übergänge. Hm. Schade. Ah, diese blöden Minigans. Da ist doch einer! Gibt es ja irgendwo noch einen kleinen Weg da rein? Hallo! Jetzt! Die Funkantenne sabotieren! Ähm. 30 Stück erst gefunden. Ja. Ich wette, ich habe irgendwo mindestens einen vergessen. Das wurmt mich aber jetzt schon. Okay. Hey, hier die Minigun, die war ja auch mal an. Zumindest als ich als Predator unterwegs war. Jemand! Öffne die Tür! Bitte! Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Wie komme ich denn jetzt an den Typen daran, der da drinnen sitzt? Gar nicht. Verdammt. Kann ich jetzt an den Wehe hier vielleicht? Mhm. So den Korb machen. Auch nicht. Wie soll ich denn da jetzt reinkommen? Das ist ja doof. Ha! Ich habe da nämlich irgendwie auch so eine Mission, die heißt ja, man soll alle Leute hier infizieren. Aber das kriegt man ja dann auch nicht hin, wenn man hier nicht reinkommt. Naja, gut. Ich suche das mit den Gelee Royale-Gehälter weiter. Könnte ich hier auch ein wenig hoch? Naja. Naja. Zumindest. Genau. Hier als Predator gab es ja auch irgendwas. Naja. 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 Vielleicht, wenn ich irgendwie da oben den Funkturm irgendwie sabotiere, dass ich da automatisch wieder rankommen. Das kann ja witzig werden. Oh, der hat einen Flammenwerfer. Oh mein Gott! Wo ist denn jetzt der andere Typ? Na, hab ich wenigstens damit abgelenkt? Nein. Mann, wo sind denn die ganzen Typen hin auf einmal? War doch vor uns zu viele. Da. Ja, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Dann probieren wir mal was anderes. Der Typ ist immer noch da drin. Gibt ja diese Höhlen hier noch. Oh mein Gott, da ist ja einer. Da war einer. Ich muss nur aufpassen, nicht dass hier noch mehr solche Minen wiegen. Okay, hier war garantiert ein Predator unterwegs. Kein Behälter. Hier ist einer. Soll das jetzt wirklich hier, äh... Sollten das jetzt wirklich bis zwei gewesen sein, den ganzen Abschnitt? Ist die Minigun an oder aus? Aus. Okay. Der Händetyp, der spackt ein bisschen rum. Na los, Leute. What in hell was that? Contact on the 24. Round about here. Fuck, der steht genau zu mir jetzt hier. Ah. Ah. Los, komm, schnell, 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 schnell. Fuck, lauf! Mann! Boah. Ja, so verdeckt war die Tötung ja jetzt nur auch nicht mehr. Mann, 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 Mann. Ich bin ja voll schlecht geworden als Alien. Ich weiß nicht, dass der Alien, was es gibt. Äh. Ah, jetzt kommen da hinten ein paar Marines. Die ich jetzt auch noch verspeisen darf. Wie viele sind's denn? Zwei. Drei. Okay, drei. Der Typ kommt immer noch nicht raus. Drei Typen mit Flammenwerfer. Ah, sehr schön. Danke. Wir lachen uns hier. Was? So gefällt mir das. So, wo ist er? Da ist er. Und da hab ich dich erwischt. Wusste ich doch, dass irgendwie die Tür aufgehen muss. Ich hab's zumindest gehofft. Oh, wow. Ich denke, wir haben alle drei, äh, Flammenwerfer. Sehr gut. Fall zurück. was sehr guckstock. Das sind doch sehrge protocol. Bugs. Uh-oh. Ich weiß nicht, was ich weiß. Es ist aber schön, dass jetzt auch diese blöden Miniguns, diese Geschützer aus sind. Ich lasse dich nicht an den Schützen. Okay, ich bebe. Gut, da waren es nur noch zwei. Und da war es nur noch einer. Wo ist der? Wo ist denn der hin? Warte jetzt. Hä? Wo ist denn der? Typ? Der ist weg. Aber wohin? Oh, die Musik geht mir auf den Sack. Schauen wir mal von oben. Da hinten ist er doch. Das ist der Weg. Da hinten ist also der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Der Weg ist ein Weg. Da hinten ist ein Weg. Der Weg ist auch gar nicht. Der Weg ist das. Der Weg ist ein Weg. irgendwo das erwischt wie geil Oh, es hat ihn jetzt fallen lassen. Achso. Ein Dschümmeldurchgang. Ach, jetzt bin ich hier. Das wird ja immer witziger jetzt. Wenn hier mal nicht viele Marines sind. Finden Sie Ihren Weg in das Gebäude B-03. Ja, komm, Übergang. Lauf, lauuf. Nein! Ich hasse Predator-Minen. Fuck, Mann. Ist jetzt überhaupt jemand? Nee. Keine Sau da. Halt! Erstmal ein bisschen Verwirrung stiften. Da ist einer. Ist er da drin? Ja, drin im Minibäude. Komme ich ja leider noch nicht rein. Noch ein paar Lampen zerstören. Richtig kaputt. Ich glaube nicht. Doch. Cool. Die auch nicht. Oder? Okay. Okay, als Predator hinger hier so einen Testen. Aber den gibt es nicht. Okay, wie komme ich jetzt in das Gebäude rein? Okay. Ah. Sehr schön. Gibt es wieder Lüftungsschächte? Wenn jetzt hier wieder eine Mine liegt. Ich kriege die Krise. Aber ich möchte jetzt gerne noch so ein paar Gelee-Royale-Behälter finden, sehen, zerstören. Ich lasse die Krise. Halt. Hier ist ein Schneider. Oh, kann ich nicht lang? Auch nicht? Oh, halt. Jetzt bin ich mit dem Gebäude drin. Ja. Was ist das innere von B04 jetzt? Ich mach jetzt einfach mal eine längere Episode, mit dem ich hier die ganze Freude abgrase. Ah, da ist natürlich ein Gegner. Einmal mit Waffe. Fuck. Ich hab's gewusst. Das ist eine Falle. Oh, fuck. Fuck. Kacke. Kacke. Ähm. Töten. Laufen. Fliegen. Ah. Verdammt, Mann. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Schön. Ah. Fuck, Mann. Was war das denn jetzt? Boah. War da jetzt ne Minigun oder was? Toll. Okay. Okay. Dann mach ich jetzt hier nen Cut und in der nächsten Episode geht's dann hier ab dem Kontrollpunkt weiter. Macht's gut. Euer Jesus. EINC absorente. Das ist weiter. Ja. Ja. Wer die Wand nicht täckt. Vielen Dank.